Und der erste Schuss, Wesley drin! Der erste Schuss in der zweiten Halbzeit, was für ein klasse Ding! Herrlich rumgedreht, großer Jubel, der Meister führt. Simmonds mit der Vorarbeit, der setzt sich durch und dann, patsch! Und den hat Peter nicht. Bitte. Auf Wesley, immer noch Wesley, immer noch Wesley, immer noch Wesley! Macht er ihn, yo! 3-0, FC Brügge! Der eingewechselte Wesley trifft und baut die Führung des Belgischmeisters weiter aus. Und damit dürfte diese Partie allerhöchstwahrscheinlich auch entschieden sein. Und wieder daran beteiligt der heute sehr unglücklich auftretende Guillaume Hubert. So, schauen wir uns das Ganze nochmals an. Guthil mit dem weiten, weiten Abschlag. So, Fehler... Sabrina, 3-0. Musik Und St. Truden lässt sie spielen Das war eigentlich mit dem viel zu sehr zurück Die stehen ja schon alle in der eigenen Box Die nächste Flanke Diesmal von der anderen Seite Das 2, 1 Claudimir Dreht Dreht Amen. Guck mal, gegen Launzebock, den hat er jetzt ausgetan. Claudineo nachsetzt ein Tor. 2-2. Ja, da hat Wesley dann doch den entscheidenden Kopfball gesetzt. Alles wieder offen. 54. Spielminute. Der Meister gleicht aus. Hier und so ist es passiert. Also Launzebock hat erstmal Kugmann auch richtig schön vernascht auf der Seite. Und dann Claudineo. Mers. Wesley fejjel Kapufa. Visszapadta Josebock. Ohhhhhhh! A két brazil. Claudemir és Wesley. Kicsit először csodákozva nézte, hogy a fejes után visszapadta a nozájuk a labba. De vezet a nyolcedik percben a vajnoki címoldó Brugia Hentókhonába. És ha jól láttam akkor vezni a fejes utánk lámmal már eredményes tudott lámmi. A két brazil. Der Hinweis, Samstag 15.20 Uhr, nächstes Testspiel auf Sky Sport News HD. Die Braunschweig gegen Werder Bremen, während die Chance für Brügge da ist und nicht nur die Chance, sondern auch das Tor, das 3 zu 1. Und es ist der gerade eben eingewechselte Wesley. Wesley Moraes-Ferreira, ganz ausgeschrieben. In der Liga noch kein Tor in dieser Saison, aber gegen Freiburg trifft er. Reingabe von Palacios und dann... Eerst ein Onheil, doch over sich an den Aufruppen, schnell genomen. Hier ist Vormer, Kankerbrugge profitieren. Wesley, geweldige redding. Van Marco Bizot, die houdt Genk recht. Da war bei der Winninggoal von Wesley. Jaby, die ball schiet. Pina pickt op. Moraes, Wesley Moraes. Fia, Rinne, en de ball. Plots, ein Schicht von Brasilian. 18 minuten ver. Gent hat net mehr Ballbezit, aber noch nicht gefährlich gewesen. Club Brügge, und dann wieder für die dritte. Lange benen, aber gute voetbalbenen. Und eine gute pass auch von Wesley. Viel ruimte. Gut gesehen. Und da geht Wesley. Wesley ist rund und schoort nicht. Das dauert lang. Vor die ball hat die Achterlijn überschreden. Ein sehr guter Ball von Koopmann. Wesley macht alles gut. Nur ein Meter mehr nach rechts. Er ist ein zweites von dem Saison gemacht. Das bleibt nicht. Das bleibt nicht.